hallo leute matthias wieder hier aus dem wunderschönen thailand euch alle einen guten morgen hier aus surin aus dem isan es wird ein wunderschöner tag so wie es heute aussieht das heißt es sind kaum wolken am himmel sonnig und ja nach dem großen regen was wir gehabt haben jetzt vorletzte nacht ist alles wunderbar ja ich bin schon wach und ich sehe gerade der kann auch schon der hat jetzt die die kuh auf die weide getrieben bei solchen wetter klar ist es ganz gut so wenn es anfängt zu regnen muss man die natürlich wieder reinholen wenn es richtig regnet nicht ein paar tropfen ja also ein tag wie der andere was soll ich sagen gestern waren wir wieder auf dem markt mit meiner frau da bin ich auch da geblieben das heißt ich bin mit ihr am markt geblieben bis es fertig war und habe sie dann zurückgebracht wir waren so um 10 uhr waren wir schon zu hause geschäft läuft es läuft mal so mal so aber am anfang für den anfang eigentlich ganz gut da kann man nicht sagen ich bin da zuversichtlich allerdings ist das auch ja eine becher eine vollzeitbeschäftigung sage ich jetzt mal das heißt meine frau muss dann wirklich oder sollte jeden tag dort sein ja dann mit der pet ihrem geschäft das geht auch ist auch okay habe jetzt ein paar kommentare bekommen ja und das ist nichts und leute das ist wie soll ich sagen in thailand und überhaupt hier im isan da kann man nicht erwarten dass da einfach die leute einem die bude stürmen das ist das angebot ist so groß und wenn ich jetzt mal sage ich mal 1000 watt umsatz macht pro tag und davon was weiß ich kosten von 400 lass es 500 watt anfallen hat sie immer noch 500 watt verdient und das ist eigentlich so viel verdient sie nicht wenn sie jetzt irgendwo in arbeiten geht in eine fabrik oder sonst wo das ist die tatsache und hier ist sie frei und hat einfach ja hat ihre freiheit kann ist ihr eigener chef und so weiter und das passt ja auch so weit weil die wie gesagt in der früche fährt sie die kinder zur schule und dann geht sie macht ihren kaffee darauf und halb vier werden dann nachmittags werden die kinder wieder abgeholt dann kann sie entweder mit den kindern gleich nach hause oder die geht zusammen mit den kindern und bleibt dann noch mal ein zwei stunden oder so oder holen wir sie auch habt die kinder oder der krank oder so also da wird immer eine lösung gefunden also es läuft eigentlich es läuft heute ja den umständen entsprechend eigentlich ganz gut so dann das andere ich habe jetzt auch mehr freizeit für mich das heißt wenn ich hier alleine zu hause bin weil ich begleite ja meine frau nicht jeden tag auf der markt und dann gut so kleinere arbeiten was mir halt auch spaß macht mit dem grasmann zumindest ja mit dieser motorsense was ich noch sagen heute die kann man ja einstellen ich bin aber jetzt 189 groß und diese motorsensen sind eher für teilhand gemacht das heißt für kleinere leute und ich könnte jetzt den griff noch um ein paar zentimeter nach oben aber das ist auch schon die grenze erreicht mehr geht nicht und wenn man sieht jetzt das messer zum schneiden wie soll ich sagen das geht da jetzt so und dann das messer kann man auch nicht einstellen dass es und das sollte schon gerade auf der fläche sein jetzt sage ich aber etwas größer wie wenn ich gerade wenn ich mit dem rücken gerade stehe dann müsste es so aussehen und das ist das mähen schwierig der weil ich muss ja das messer muss auf dem grund damit er dann gerade eine gerade schnittfläche hat das heißt wenn ich schneide muss ich immer ein bisschen gebückt sein das ist nicht gut für den rücken ich weiß und deshalb tue ich auch nicht so viel also jetzt einmal rund um den pool da habe ich gemäht und jetzt da vor dem haus da tue ich immer wieder ein bisschen mal was um gras für die kuh zu haben wenn sie abends wieder in den stall geht dass sie da was zu fressen hat also da kann ich jeden tag ein bisschen oder wenn der nachbar kommt wieder zum gras mähen kann er auch hier schneiden oder so das ist ja also ich werde mich da jetzt nicht in die arbeit reinstürzen mit gras mähen weil das ist erstens einmal laut zweitens nicht gut für den rücken und drittens sollte man auch nicht zu lange machen für mich sowieso aber ab und zu wieder mal mit der motorsensee ein bisschen mähen das macht auch spaß und das ist okay so ja und natürlich dann mit dem rasenmäher da ist ja was anderes das geht aber wenn das gras zu groß ist kann man natürlich mit dem rasenmäher da nicht mehr rein so ist jetzt ist ja und dann mit meiner rente wie gesagt ich habe jetzt auch zeit mich um andere sachen zu kümmern und da habe ich jetzt bei den jungs da noch mal angerufen weil ich habe e-mails geschrieben und so und keine antwort habe ich da angerufen jetzt war eine frau da am telefon ganz nett hat noch mal nachgeschaut und sagt ja der antrag ist ist eingegangen der wird noch bearbeitet eigentlich sollten sie ja schon ab juni rente beziehen aber muss man nachschauen was da warum es so lange dauert und dies und jenes also einfach noch abwarten gut ich lasse es jetzt noch mal eine woche oder so dann werde ich noch mal anrufen und wird dir ein bisschen ja ja auf trab bringen das heißt es sollte eigentlich schon aber gut wenn es alles ich wollte jetzt auch nur wissen nicht dass da ein brief gekommen ist denn es ist ja so ich habe schon gesagt die post die remissan die funktioniert so gut wie gar nicht also wenn da ein brief nicht mit einschreiben geschickt wird kommt er nicht dann zumindest bei mir in der gegend ich weiß nicht wie es bei anderen ist das weiß ich schon weil mein online banking ist vor jahren jetzt schon zusammengebrochen und die wollte das wieder aktivieren habt ihr angerufen bei meiner bank in deutschland ich habe noch ein konto in deutschland und das ist ja so wenn man das aktivieren wir schicken die zwei briefe mit codes also voneinander getrennt und die muss man dann den kota eingeben dass man das aktivieren kann es geht nur per post mit e mail und so geht es nicht haben die gesagt und ich habe es monatelang versucht die briefe sind nie angekommen ab und zu ist da rein herangekommen mit was weiß ich sechs monaten verspätung oder so also kurzum die post hier im isan überhaupt bei uns gegen surin funktioniert gar nicht leute null und auch andere briefe so also die kommen einfach nicht an woran es liegt ich weiß es nicht ich habe mir auch ein postfach in surin zulegen aufgemacht habe gesagt vielleicht ist es ja nur hier so auf dem land und in der stadt surin funktioniert das besser nein funktioniert es auch nicht ich weiß nicht was für erfahrungen andere gemacht haben mit der post hier in thailand aber wenn ein brief nicht mit anschreiben geschickt wird kommt er nicht dann so ist es bei mir und ich kann nur vermuten woran es liegt und ja und ich wäre wer schreibt schon briefe heutzutage es ist ja einfach aber wenn wenn der von der behörde kommt sollte schon einfach ich verstehe nicht dass sie sagen sie können mir nicht über e mail weil wichtige daten und so wenn da wichtige daten drin sind auch jetzt von der rentenversicherung wieso schicken die den brief da nicht mit einschreiben ich würde das auch bezahlen ich meine das kostet ja jetzt auch nicht die welt wenn so wichtige daten sind die schicken mit der post und der brief kommt nie an und das war jetzt meine befürchtung dass die schon einen brief geschickt haben aber da es nicht der fall ist ist es okay das heißt sie wird immer noch irgendwie bearbeitet und so vielleicht haben ja die auch viel zu tun und das ist ja auch kein verlust das heißt wenn das heißt dann genehmigt wird mir ja die rente auswärtszeit rückwirkend auf die letzten monate also seit seitdem ich berechtigt in praktisch seit juni und ja mal sehen die hat jetzt gesagt die bringt das ins laufen dass die mir noch per e mail noch mal kontaktieren wenn irgendwas noch was braucht oder so ein paar papiere oder was wenn was nicht in ordnung sein sollte ja und so sachen ansonsten ja das übliche hier wie gesagt es gedeiht alles nach diesem regen es könnte mehr sein aber ist jetzt erstmal ja ich höre die mimi wieder raus und noch mal ein schluck kaffee ich muss die raus lassen ja die ist ja auch aufgestanden und heute gleich zu mir unsere mimi ja die schöne mimi ne na geht's ja leute und dann ja was wollte ich sonst noch sagen kommentare soweit ja wie gesagt eigentlich nur gute kommentare ein bisschen kritik ab und zu wie das so mit dem lärm und mit den straßenverkauf da und so ich habe ja gesagt für mich wäre das auch nichts leute aber ich muss ja da nicht arbeiten und wenn es denen nichts ausmacht mein gott vielleicht sind ja auch nicht unbedingt so glücklich dabei aber im moment haben sie halt nichts anderes auch unsere pet nicht und sollte sich da mal irgendwie den standort kamen ja wann immer auch wechseln ich kann sie wahrscheinlich in surin irgendwo innenstadt oder so wo es nicht so laut ist der standort ist schon laut das ist aber gut für mich wäre das nichts aber wie gesagt ich muss ja auch da nicht arbeiten ich mag sowieso ich nehme die freiheit hier in thailand nehme ich mir ich mache nur noch was mir spaß macht und mit arbeit und so klar ich tue mich ich mache nichts was ich nicht will sage ich jetzt mal und man braucht ja schon also mir geht so dass man da irgendwie ein vorhaben hat auch ein bisschen arbeit ein bisschen ja sonst wird es wirklich langweilig hier im isan bei und ich glaube nicht nur im isan es wird auch langweilig in den touristengebieten da kann man auch nicht jeden tag also ich könnte nicht jeden tag da was weiß ich am strand gehen und dann essen und abends in die bars und so das kann man im urlaub machen sicherlich ich mir macht ja auch spaß aber nach einer zeit stumpf das dann ab und ne also für mich wäre es nichts deshalb bin ich eigentlich froh dass ich hier im isan bin und dass mein haus hier steht ich sage es noch mal und wenn es mir danach ist nach urlaub und party hält mich ja kein mensch zurück da kann ich das auch machen ja aber gut es ist halt so wenn man das leben genießen ist eine sache aber wenn man sich jetzt also zu mir das bei mir ich sage ich mache jetzt gar nichts mehr und einfach nur noch an der terrasse sitzen und kaffee trinken mit der zeit ist das langweilig gut man soll es nicht übertreiben mit der arbeit ist schon klar aber ich versuche da mich schon an die grenzen zu halten also ich mache ja mal dies und mal jenes und zeige das auch in videos das heißt aber nicht dass ich die ganze zeit was weiß ich irgendwie gras mehr mit der motorsense oder sonst irgendwas mache es ist schon ja es soll es gibt nichts über das normale leben sage ich jetzt mal also ein bisschen von dem ein bisschen von dem anderem ein bisschen feiern ein bisschen urlaub und ja das übliche halt und ja das wetter in thailand man sieht ja wir haben jetzt nicht so viel regen aber ansonsten überall überschwemmungen überall ja das den regen das wasser was zu viel ist an anderen stellen könnten wir hier gut gebrauchen weil ich sehe es am teich voriges jahr um dieser zeit war er schon ziemlich voll und jetzt ja das ist einfach bis jetzt war um es klar zu sagen viel zu wenig regen viel zu wenig niederschlag es hätte oder viel mehr sein müssen vielleicht kommt ja noch aber gut die reißfelder sind ja ein bisschen geflutet aber auch nicht so dass man sagt ja es hätte mehr wasser gebraucht um es klar zu sagen okay leute und ansonsten ja nichts neues hier bei uns das übliche wie gesagt mit meiner rente muss ich noch ein bisschen warten und ansonsten der ganze papierkram was ich sowieso nicht gerne machen mit lebensbescheinigung hin und her schicken ich habe ja noch eine kleine entschädigungsrente und da muss ich jetzt auch da hat sich was geändert die wollen jetzt einfach zwei lebensbescheinigungen im jahr also alle sechs monate eine ist eigentlich wie die post hier funktioniert sowieso aber gut wenn ich sie hier weg schicke ich sie ja mit einschreiben und die kommen dann schon auch an aber immer das zeug ausfüllen so das sind so dieser ganze papierkram mache ich eigentlich nicht so gerne aber gut muss sein sonst ja ok leute und dann schauen wir mal was der tag so bringt heute und ja euch jedenfalls noch einen schönen tag und dann bis zum nächsten mal euer matthias aus dem wunderschönen thailand und tschüss